Es war nicht gerade imposant, doch war es der beste deutsche Panzerkiller im Zweiten Weltkrieg. Das Stuk 3 gehört nicht zu den Kampfpanzern, sondern zur Sturmartillerie. Gleichzeitig war es das meistgebaute Vollkettenfahrzeug der Wehrmacht. Erfinder des Stuk 3 war General Erich von Mannstein. Die Infanterie sollte einen Panzer bekommen, der sie direkt im Gefecht unterstützt. Insgesamt wurden um die 10.000 Stuk 3 gebaut. Ihren letzten Einsatz hatte das Geschütz im Sechstagekrieg von 1967 in der syrischen Armee.